Hallo und herzlich willkommen zum zweiten FIFA 12 Ultimate Video und zwar ist das heute ein Gameplay Video und zwar habe ich mir eine zweite Mannschaft aufgebaut und zwar ist das ein England Premier League Squad habe ich es mal genannt. Ja hinten links Ashley Cole, Innenverteidigung ist Woodgate und Dawson Forwards ist Hart, rechts draußen Johnson, ja die kennt man jetzt nicht alle, was ich habe das kennt sie nicht. Wiltshire, Milner und Parker, Mittelfeld und vorne, den Menschen die wahrscheinlich kennt ist Cisse, von Freiburg nach Wolling gewechselt. Öh, bitte nicht hier, Verein, Queen's Park Rangers genau. Und rechts ist Sean Wright Phillips, den Captain Rechner und dann links ist Johnson. So und ja, mit dem werde ich es mal eine Runde zocken. Ich werde es mal ein Einzelspiel probieren. Mal gucken, ob ich so ein Gegner finde. So mal gucken. So, ich habe jetzt ein Gegner gefunden, und so sieht er aus. Also FC Bayern München, Dortmund, Bremen, ganz amtliche Mannschaft. Okay. So, die haben wir hier. So, die haben wir hier. Okay, das ist, und die habe ich hier, also ungefähr. In meinem Bundesliga Squad, was das ist hier? In meinem Angline Squad spiele ich jetzt so. Ja, da wollen wir mal sehen. Was das so drauf hat. So, Kollege. Oh ja, da geht schon mal schön drauf. Ja! 1-0. Cisse! 1-0. Cisse! So muss das sein. Haha! Ah! Baw! Okay! Fängt das schon mal gut an. Ah! Ah! Fängst du stalls. Das ist ja wohl absolut drin. er Abschluss. Ja, also... der 2 3 spielen die wiesen sich als ich, also übrig kommen müssen. Aber, vom Prinzip sind wir eigentlich, schreiig! er hat und was da die Pasta da musste er er ist kein aber das wollte es natürlich schon bei hat ihn So, jetzt, ah verdammt, wow, das war natürlich knapp, es ruckelt ein bisschen, naja, das ist halt so am Wochenende, oh 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 oh, wow, so, 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 das ist alles in der losstehen, gut, passt guck mich nicht ganz so weit ach scheiße 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 und eckball und da war ein bisschen zu weit dann also ich hab gehört noch nie press hier eingeschaltet ach Mist ja ihr merkt schon meine fifa-skills sind noch nicht so gut um vorsichtig auszudrücken ach scheiße ok eieieieieiei ach jetzt kommt er pass in die Mitte und dann steht es ach Eigentor eieieieieieieiei ne doch nie Gomez hat's gemacht Mario Gomez eice typisches Gomez-Tor eieieieieieieiei naja ha sich angebohnt ach ne, der Passwort nix Laufpass nennt man das ok naja nix 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 hätt ich hochspinnen müssen ok nix 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 Missed. Und der könnte Schönen kommen. So, ich will mal bisschen offensiv machen. Ich vielleicht mehr Bons hat hier mal zu gewinnen. Äh, ne, das war nicht so geplant. Ach, Mist. Na, macht seinen Fehler wieder rückgängig. Und gleich nochmal. Genauso. Ach, Shit. Okay. Jetzt wird's knifflig, jetzt wird's knifflig. Na, wo willst du hin? Ach, bin völlig frei. Ui, 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 ui. Was weiß ich los? Du? Gelb? Götze? Zurecht, Gelb. Ich weiß noch nicht wofür, aber... Zurecht. Oh, Schöner. Juhu! Und den hab ich, und... Ach, Shit. Fast jetzt klappt. Ich hab's nur bebelegt. Okay. Ach, wieder zwei, Scheiße. Und... Zack. Zack. Und... Ach, abseits. Ne? Nicht abseits. Ne? Keine Potten. Vorhin gehoben. Jetzt muss ich... Ohhhh... Den hab ich noch, den hab ich nicht mehr. Ohhhh... Weg damit erst mal. Weg damit erst mal. Ne. Ne. Mario Götze. So... Näääh. Boah der war, der war aber gut, der war gut gemacht, der passt. So, aber, den hab ich. Jo Baby Und jetzt muss ich nur noch den Kunden vorbeihören Oh ne Yeah Zack Ah Schade Schade, schade, schade Oh Laufpass Und Durchstecken Shit Entweder leichte Vorteile für mich Oh Abseits durch Ah boah Klaus-Blau Abseits Ein Schritt Ah schade Sisse Oh oh So So ich kann mal auswechseln Im Teammanagement So ich kann mal Johnson rausnehmen Und Rice bringen Und Dourage für Sisse Und noch Linkes Mittelfeld Wilshire Für Marine So weiter geht's Oh 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 Was ist denn hier los Total weit Aufgerückt Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ach du Scheiße Mist Jetzt aber mal Schön im Lauf Schön im Lauf Und Krampf durchtanken Eiei Eieiieiiei Ach du Ach du Jetzt können es Eier werden Der war zu lang Wollte auch nicht Oh oh Jetzt muss ich ran Jetzt muss ich ran Hier Halt den Weg hier Halleluja Das war Todlich Jetzt Sehr Urginal Oh Ach meine Abschläge Sind Scheiße Wenn ich kurz spiele Dann ist immer Der Gegner da So jetzt mal Ein Ja Baby Tank dich durch Scheiße Ach nee Ach komm Hör auf Lass es sein Nicht mit dem Onkel So und Wieder geht's Ach Scheiße So Na na Nee Nee Ah Oh Nee den krieg ich nicht Zack Ah Mist So So Oh Unentschieden So Was gibt's Verlängerung Verlängerung Öffnäu schießen Okay Baby Na dann Okay Zack Und Ach Ja Baby Lauf Lauf Oh Oh So jetzt zeig mir was du kannst baby und in der mitte ist völlig frei dachte ich zumindest durch die flanbrenner ich habe genug leute da bei der mitte völlig frei ja 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 man trainierst du bist du kommst du hast mich natürlich was zeigen hier das ist ein bisschen So, und jetzt mal über die Außen, und jetzt mal ein, ach scheiße, ach scheiße, so ich mach's mal hier, ja gut, ähm, vielleicht mal hier, so vor dem Fünfer, ja, da kommt gut, da kommt gar nicht mehr so dumm, okay. Boah, schön zum Gegner, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, meine Güte, und gleich nochmal, so. So, ah jetzt muss ich eigentlich schon fast volles Risiko gehen, ja. So. Oh, der Druck, ach scheiße, ich konnte nicht krieg, der zum Ball braucht. Hm, okay, ah, ja, der läuft jetzt nicht ein. Ach, nee, da soll ich doch nicht hin. Geert. Oh, ei, 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 ei. Scheiße. Das wird es wohl langsam hier gewesen sein. Vielleicht, ach, scheiße. Vielleicht noch eh einen langen Ball hier, irgendwie. Ansonsten. Den überlaufe ich, den überlaufe ich nicht. Scheiße. Ach, das ist ja gar keiner. Das wird es dann wohl hier gewesen sein. Boah, und dann so ein Pass noch. So, und jetzt los. Ja. Boah, und dann bin ich noch ein Schnauf. Oh, jetzt geht's mit mehr schießen. Ach, du kacke. Hahaha. Ei, ei, ei. Das ist doch, ich will nicht verkacken, ja. Ach, nee. Boah. Halleluja. Und 11 Meter schießen. Jetzt wird's natürlich interessant. Ei, ei, ei. So, fangen wir an hier. Mal gucken, wie gut er aufmerksam kann. Ja! John Horne, meine geile Schnecke. So. Eins, zwei, drei, vier, eins. Ohohoho. Na, wo schießt du jetzt hin? Ich denke mal, du schießt rechts unten. Ach, nee. Okay. Und jetzt mach ich mal her. Eins, zwei, drei, vier, ne. Oh, der wird nichts. Ohoho, der wurde vielleicht geschossen. Okay, Baby. Scheiße. So, Storage, mal gucken. Ach, wieder nix. So. Scheiße. Ja, war zu gut. So, jetzt machen wir nochmal. Eins, zwei, drei, vier und zack. Wir sind so. So, der muss jetzt mal, Junge. Ach, der schießt. Ich würde sagen, unten links nochmal. Ne. Und jetzt muss ich ihn reinmachen. Oh, Gottes Willen. Ist das spannend. Zwo, drei, vier, fünf. Ah. Ja. Um Gottes Willen. Wow. Das war denn mal ein Match, Kinder. gut das muss ich jetzt nicht antun hier in die wiederholung so spielbewertung und trotzdem plus 4 9 8 münzen warum eigentlich bloß so wenig egal gewonnen gewonnen ist gewonnen okay das war's von mir jetzt erst mal bis zum nächsten mal amortiert